Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Seit gestern gibt es auf Amazon Schnäppchen. Und zwar zeige ich euch in diesem Video super Schnäppchen, die ich total toll finde und die ihr alle auf meiner Amazon-Liste findet. Also unbedingt mal in die Infobox schauen. Wer den Prime-Vorteil nutzen möchte und noch kein Mitglied ist, kann diesen tollen Trick nutzen. Und zwar könnt ihr kostenlos einen Probezeitraum nehmen. Und wenn ihr dann, bevor der abgelaufen ist, wieder kündigt, müsst ihr 0, nichts zahlen, wenn ihr das nicht mehr haben möchtet. Und konntet aber somit trotzdem diesen Amazon Prime Service nutzen und somit auch die Prime Schnäppchen einsacken. So wie ich das jetzt hier einmal gemacht habe. Und zwar habe ich mir hier in der Mitte, seht ihr, solche langen Teile aus Plexiglas, die man an die Wand machen kann und eben Lacke dort unterbringen kann. Genauso wie ich nicht widerstehen konnte, diese super süße Lampe, die ihr auf der linken Seite seht, mit den Katzenöhrchen zu kaufen. Ich werde euch die Sachen, die ich mir gegönnt habe, natürlich auch noch zeigen. Diese French Pads, auch wieder auf der linken Seite, die habe ich euch schon in einem Video gezeigt. Also schaut da gerne mal rein, falls ihr das Video verpasst habt. Weiter geht es mit Semilack. Dazu habe ich auch schon ein volles Video gedreht und zwar mit diesen Nägeln, die ihr hier einmal eingeblendet seht. Und ich bin auch immer noch positiv von diesen Produkten, die es ja auch beim Rossmann zu kaufen gibt, überrascht. Weiter geht es nun einmal mit meiner Lieblingsmarke Born Pretty. Wer hätte es gedacht? Ich liebe es einfach und ihr wisst ja auch, ich habe eine Kooperation mit Born Pretty und zeige euch immer viele, viele, viele neue Produkte, die es gibt. Und ihr findet auch in der Infobox einen extra Rabattcode für die Webseite von Born Pretty. Aber hier habe ich euch einmal die Superschnäppchen von Born Pretty zum Prime Day zusammengetragen. Es sind übrigens wirklich nur kleine Ausschnitte der Marken. Ich habe auf meiner Amazon-Liste, die ebenfalls unten in der Infobox verlinkt ist, ganz, ganz viele andere weitere Produkte noch zu jeweiligen Marken hinzugefügt. Also schaut bitte unbedingt in meine verlinkte Liste rein. Dort findet ihr wirklich noch mal so viele Produkte, wenn nicht sogar noch mal mehr. Savilant habe ich auch gefunden. Das ist irgendwie auch so eine beliebte Marke. Und da habe ich mir tatsächlich auch hier auf der linken Seite ein Acryl-Set mit Lampe und Fräser gekauft. Ob das gut ist, das werde ich noch auf Herz und Nieren testen. Ich warte noch darauf, dass es ankommt. Meine andere Lieblingsmarke ist unter anderem Mark Heart. Dazu habe ich auch schon ganz viele Videos gedreht. Schaut da auch gerne mal in die Playlist rein. Die Dippies zum Beispiel finde ich erstklassig. Ich liebe die Tipps. Ich liebe diesen Peel of Base Coat. Dann gibt es jetzt hier ganz neu was zum Nagelhaut entfernen. So ein kleines Set. Das fand ich auch ganz spannend. Ist für einige vielleicht auch interessant. Dann den Base Coat, den Top Coat, der Kleber ist super gut. Sowie auch der Kleber für die Folienverarbeitung, sprich für Transferfolienverarbeitung. Und ja, ich liebe diese Marke. Es gibt natürlich auch noch eine Staubabsaugung. Die habe ich auch immer noch und die ist auch immer noch in Benutzung. Und sie läuft und läuft und läuft. Was auch gut läuft, finde ich persönlich, sind die Gellacke von Rosalind. Die sind so günstig und dabei so gut, finde ich. Ich liebe diese Marke. Also schaut da auch gerne mal in meine verlinkten Videos rein. Dazu gibt es nämlich auch schon ein paar Videos. Genauso wie zu der Marke Model Ones, die ich vor geraumer Zeit auch mal getestet habe. Also ein paar Videos gibt es dazu. Und ich finde die Produkte hier auch sehr gut. Die haben unter anderem auch Polygel sowie Gellacke und auch Nagelöl. Wie gesagt, schaut unbedingt mal in meine Amazon-Liste in der Infobox. Und dann sind wir jetzt hier auch schon am Ende des Videos. Hier haben wir auch noch einmal Taupe Glam. Das habe ich auch schon einmal getestet. Ein Set mit Polygel. Fand ich auch super gut. Habe ich euch auch unten einmal in der Infobox verlinkt. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt einmal grob übers Schlagen meine Amazon-Schnäppchen, die ich zusammengetragen habe. Und es sind noch ganz, ganz viele weitere Schnäppchen auf meiner Amazon-Liste zu finden. Zählt am besten mal in diesem Video, wie oft ich Amazon-Liste gesagt habe. Und schreib es mir mal unten in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. und würde mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.